Der Gerätetester Benning SC750A ist ideal für die Überprüfung großer Prüflingsmengen im Rahmen der Geräteprüfung gemäß DIN VDE 701 702. Zur Identifizierung großer Prüflingsmengen werden meist Barcodes verwendet, die über einen Barcode-Scanner erfasst werden. Alternativ dazu gibt es Anwendungen, bei denen die sogenannte RFID-Technik genutzt werden kann und Vorteile bietet. An Stellen mit starker Verschmutzung, viel Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder auch Kälte haften Klebeetiketten meist nicht lange oder wären schnell für einen Barcode-Scanner unlesbar. Hier bietet die RFID-Technik Vorteile. Benning bietet hierzu drei verschiedene Transponderlösungen an. Den haftstarken, selbstklebenden RFID-Transponder, den Transponder, der direkt am Kabelbinder integriert ist und den Schlüsselanhänger-Transponder, der mit einem Kabelbinder oder festem Band am Prüfling befestigt wird. Der Benning RFID-Laser, welcher mit dem Gerätetester SC750A verbunden wird, fragt die Identifikationsnummer des Prüflings ab, ordnet diese zu und ruft den gewünschten Prüfablauf auf, um die festgelegten Prüfmaßnahmen ausführen zu können. Die Prüfung läuft automatisch durch. Die Messergebnisse werden nach der Prüfung der Identifikationsnummer zugeordnet und in der Datenbank hinterlegt. Der nächste Prüfling kann nun geprüft werden. Gerne stehen wir bei technischen Fragen zur Verfügung.